Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen Herbstzauber-Video. Ich freue mich natürlich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute ein richtig leckeres und tolles Herbsteintopfrezept für euch. Ihr liebt es ja, wenn ich mit euch koche oder euch definitiv halt mitnehme beim Kochen. Und ich habe mir gedacht, was passt besser in die Herbstzeit als ein Eintopf. Ich habe mir was richtig, richtig Cooles überlegt und freue mich total. Wir werden natürlich heute dann lecker davon schnabulieren und ich hoffe natürlich, dass es richtig gut schmeckt. Beziehungsweise, dass es in Wirklichkeit genauso gut schmeckt wie in meiner Vorstellung. Ich habe mir hier jetzt schon mal die Zutaten bereitgelegt, die werde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Ich schreibe euch das Rezept natürlich auch nochmal in die Infobox. Da könnt ihr die ganzen Zutaten auf jeden Fall nochmal wiederfinden und euch vielleicht ein Screenshot machen oder die aufschreiben oder was auch immer. Und die Zubereitung werdet ihr dann einfach hier in diesem Video sehen. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und dann legen wir mal los. Also, wie ihr seht, ich habe hier schon mal die ganzen Zutaten bereitgelegt und einfach mal so ein bisschen schön drapiert und wollte euch jetzt mal erstmal alles zeigen. Also, es wird heute einen herbstlichen Eintopf geben und zwar mit Weißkohl. Ich liebe Kohl und jetzt hat Kohl Saison und ich finde es einfach so, so geil und lecker. Ich habe hier einmal ein Suppengemüse und zwar einmal einen Sellerie. Dann hier haben wir noch Lauch. Dann haben wir hier noch ein paar Möhrchen, ein Stück Brokkoli. Das habe ich einfach so zusammen gekauft. Dann habe ich hier auch noch ein paar Kartöffelchen, eine Zwiebel und natürlich einen Weißkohl. Ihr könnt da natürlich aber auch Spitzkohl nehmen oder einen Urkohl oder ja, den Kohl, den ihr am liebsten mögt. Ich habe jetzt einfach hier so einen etwas kleineren Weißkohl genommen. Ich dachte mir, das passt eigentlich perfekt. Dann haben wir noch zur Fleicheinlage ein paar Bockwürstchen. Die könnt ihr natürlich auch weglassen. Könnt Mettwurst nehmen oder irgendein anderes Fleisch, was ihr gerne habt. Oder wie gesagt, halt einfach ersetzen oder weglassen. Natürlich ein bisschen Maggi. Ihr wisst, wir sind Familie Maggi und Vegeta. Das darf bei uns nie fehlen. Und dann habe ich hier schon mal ein paar Gewürze bereitgelegt. Wir haben hier einmal Brühe, also Vegeta. Dann habe ich hier noch Pfeffer, einen Fleischbrühwürfel, ein bisschen Muskatnuss, ein Eintopfgewürz, ein bisschen Petersilie und zwei Lorbeerblätter. Denn Lorbeer passt, finde ich, bei Kohl immer sehr, sehr gut dabei und auch bei Zwiebeln. Und ja, das hier sind die Zutaten. Das braucht ihr. Wie gesagt, die Zutaten schreibe ich euch nochmal in die Infobox. Dann habt ihr alles gebündelt. Und dann mache ich mich jetzt auf jeden Fall mal ans Schnümmeln und vorbereiten. Und dann können wir schon mit unserem Eintopf starten. Jetzt kommt es Level 2. Okay. Dann geht's. Wir machen unsи. Dann geht's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eintopf hier verteilen und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir natürlich sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich wie immer sehr freuen und dann war es das mit diesem Herbstzauber-Video. Ach, ich bin einfach total begeistert, denn ich liebe solche Kochsachen und so Eintöpfe und bin immer super, super happy, wenn ich euch ein neues Rezept teilen kann. Falls ihr es nachmacht, schreibt mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne, wie ihr es fandet und vielleicht habt ihr es da sogar abgewandelt oder so und habt noch was anderes reingemacht. Das würde mich sehr interessieren und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich und dann sehen wir uns direkt beim nächsten Mal wieder. Tschüss!